Keine Kerzen bringen, ist nicht wirklich. Ich könnte wecken, die Teile für den Bohrer sind alle hier unten im Keller, also im Keller, ja klar. Im Lagerraum. Ah, da ist noch ein Raum. Da. Dürfen jetzt alle sein, oder? Hoppla. Ich weiß noch nicht, für was ich es bauen kann. Oh, da wird es ja... Ich weiß noch nicht, was ich hier ausprobieren kann. Ich fahre später noch mal hin. Ich habe mal den Schlüssel im Gästensatzimmer. Wo immer der sein soll, man. Ich dachte eigentlich, ich habe alles abgesucht. Ich werde das genau absuchen. Oh, ich habe so ein Vieh an meinem Anwälschirm. Das ist ein guter Zeit. Oh. Das ist gut. die hinten kann ich nicht nehmen ich würde gerne warte mal kann ich auch spit Daniel. Was? Sie haben noch ein Schmerz, ich sehe. Ja. Ich kann sie nicht. Sie kommen jede Nacht. Wir stellen sie ein Schmerz. Sie sehen. Sie sehen. Ich bin der Schmerz. Ich bin der Schmerz. Ich bin der Schmerz. Gott, ich bin der Schmerz. 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 Ich kann nicht verlangen, dass ich irgendwas anzünden muss. Nein. Wenn man so wirklich nichts mehr hat, wird man nicht mehr weiterkommen. Ich bin der Schmerz. 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 Hm.